Spangler Franz So, grüß dich, ich bin wieder der Spangler Franz. Heute habe ich etwas vor. Ich baue mir ein Regal, wo ich ein Blech aufhören kann. Zeige ich euch da noch. Aber jetzt brauche ich eine Ablagebretel aufhören. Ja, bei uns ist noch alles, und die Bretel sind im Freier gelegen. Die sind den ganzen Winter im Freier gelegen, hat es angekriegt wie neubes. Jetzt möchte ich probieren, ob ich es oben kann. Weil das braucht nichts Besonderes nicht werden. Ich brauche einfach nur, das Blech aufheben können. Da wird es jetzt wurscht, auch wenn es sich ein wenig verzeugt. Die werden sagen, du spinnst da. Aber ich möchte jetzt eigentlich vierte machen. Jetzt probiere ich es einmal, ob ich die hobeln kann. Keine Ahnung. Ich probiere es jetzt einfach einmal. Die sind patschnos, die sind richtig schwer. Die haben sich angesaugt. Aber ich probiere es jetzt einmal. Also nicht lachen. Ja, das hat jetzt einen Zweng eingestellt. Ja, das hat jetzt jetzt einen Zweng eingestellt. Ja. Ja. Jörg? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss jetzt sagen, für meine Sachen reicht mir jetzt die Qualität. Die ist zwar, das ist noch ein paar Schnoss, aber das sind Bräder, da sind zum Beispiel auch Nogellöcher drinnen. Und ich brauche nur ein Blech aufzustellen. Da reicht das. Das muss keine besondere Qualität sein. Ich zeige es Ihnen dann. Da können wir jetzt die Bräder laufen. Da habe ich jetzt drei Halter hingeschraubt. Die habe ich noch gehört. Dass ich so anpackte Rollen, die sind nicht so schwer, die kann ich dann da aufheben. Dann gewinne ich wieder einen Haufen Blots. Ich glaube, das wird es. Ich zeige es Ihnen dann auch, wenn es das Vierte ist. Und so schaut jetzt das aus. Das ist jetzt das Regal. Das ist ganz einfach. Da sind die Stützen. Da habe ich ihm noch so einen Latten eingeschraubt, weil ich keine vierte Stützen nicht mehr gehört habe. Reicht aber. Da habe ich ihm nur noch einen Latten eingeschraubt, dass es nicht verzeugt. Und so kann ich jetzt da noch einmal so angeschnittene Rollen, die sind nicht mehr gar so schwer, hauptsächlich sind sie Aluminium, die kann ich jetzt da noch einmal aufstellen. Das ist eine stabile Sache. Auch da, wer jetzt da Bedenken hat, also da kannst du dich aufstehen. Also da fehlt nichts. War jetzt ein wenig Arbeit, vor allem weil ihm das Holz so nassgekommen ist. Aber ich wollte mir jetzt da keinen Kaufen, weil das wird dann, nächstes Jahr wird das sowieso hingewiesen, das Brädelzeug. Und da hat es jetzt noch eine super Verwendung gefunden. Da kann es jetzt auch drücken, da ist es ein wenig Warmer in der Heizung. Schauen wir mal. Und ich wollte dir zeigen, wie das ist, wenn man ein richtiges Holz holt, das war nicht mehr feucht, das war nass, was da ist, wenn man das hobelt. Erfahrungsgemäß kann ich jetzt sagen, tut das nicht. Es tut der Hobemaschine nicht gut, ich habe jetzt die zwei wieder alles ausgebloset mit dem Kompressor, also die ist jetzt wieder picobello. Aber es hat eigentlich keinen Sinn, aber gut, ich wollte es einfach, wenn sich ein Spangler was einbaut, dann muss das ja so sein. Auch wenn das überhaupt nicht richtig ist, zimmeren und schreien, die Tampe jetzt in der Luft zu reißen, tut sich das nicht. Aber weil das zeigt dann gar sonst keiner, das zeigt dann nur der Spangler Franz. Fiat dann, abonniert mich, gebt mir ein Like, Kommentar, gefreut mich. Fiat dann.